Diese hier angebotene 2,5 Zimmer Wohnung ist ab Juni 2014 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf unter Bilk. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 60 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 820 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Das Objekt.